Hallo ihr Lieben! Der Freunde der ungarischen Küche, heute koche ich wieder ein schönes ungarisches Gericht. Und zwar gibt es heute ein Leccio Narizzo Ort. Das originale Leccio mit einer Abwandlung, schön mit Reis, ungarischer Kolvas. So ihr Lieben, ein schönes ungarisches Leccio wartet auf euch. Und zwar pikant, schön nach Rizzo Style mit einer schönen ungarischen Kolvas vom Andrasch aus Amtsberg. Also bleibt dran ihr Lieben, bis gleich! Hallo Siastrack, jetzt geht es los und zwar kochen wir das ungarische Leccio. Und zwar machen wir erstmal das Grundrezept und dann gibt es noch verschiedene Ableitungen, die ihr euch ganz einfach, je nach eurem Geschmack und nach eurem Befinden, ob es zum Frühstück gibt es auch ein Leccio oder eher zum Mittag oder Abendbrot eins sein soll. Da könnt ihr variieren wie ihr möchtet. Genau, und zwar fangen wir an. Was brauchen wir alles dazu? Wir brauchen natürlich eine schöne Spitzpaprika und zwar eine ungarische. Wenn ihr hier an dem Strunk mal so die Nase ran haltet und es hat diesen ungarischen oder diesen richtig schönen Paprikaduft, dann weiß ich es ist eine ungarische Paprika. Also mega! Ja, Freunde, was brauchen wir noch dazu? Ich habe hier einen sensationellen ungarischen Kolvas von Andrasch, dann habe ich Tomaten, ich habe Zwiebeln und was natürlich nicht fehlen darf, ganz klar, unser Paprika im Blut. Freunde, also am Anfang erstmal schönes Fett in unserem Topf auslassen. Ich habe hier eine frische Lieferung Mangalica Fett bekommen, das habe ich gerade jetzt nochmal ausgelassen und das nehme ich natürlich immer als Basis für meine ungarischen Speisen und Ansätze. Also, im Topf erstmal schön den Boden bedeckt mit Mangalica Fett auslassen und dann nehmen wir uns hier eine Zwiebel daher. Und die brauchen wir natürlich erstmal hier geschält. So, ich habe hier auf die Menge, die ich heute koche, zwei Zwiebeln. Im Rezept wäre sehen, da steht nur eine Zwiebel drin. Aber das ist auch ein Ding, das Leccio kann ich mir natürlich hier wieder auf Vorrat kochen. Das heißt, gerade wenn Paprikasaison ist, dann koche ich mir mein Leccio natürlich auf Vorrat und dann hier ein Bögelgläser einkochen. Und dann habe ich immer was da, wenn ich was mit Leccio kochen möchte. Also, perfekt. So, das Leccio setzen wir an erstmal mit dem... So, und dann natürlich hier gleich. Feuer frei rein in den Topf. Jetzt könnt ihr die Temperatur auch ein Stück höher nehmen und schwitzt die Zwiebeln schön glasig an. In der Zwischenzeit nehmt ihr euch den Paprika daher und schneidet den zurecht. Das heißt, erstmal hier halbieren. Dann das Kerngehäuse raus. Ich habe hier noch eine rote Paprika mit dabei. So, Kerngehäuse raus. So, Kerngehäuse raus. Okay, und jetzt noch die Tomaten schneiden. So, da schneidet ihr hier den Strunk mal raus. Und zwar könnt ihr das hier einfach so machen. Oder hier halbiert die Tomaten und schneidet den Strunk in Kalbschnitt raus. Weg damit. So, die schneidet ihr einfach hier in halbe Scheiben. nachdem ihr wieder so acht. So. 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 So, jetzt mal lasst mathematicianische Trunk. So. 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 Zwei Tomaten installieren in die Schüssel rein. Zwei Tomaten. So, jetzt die Paprika einfach hier am Streifen schneiden. So, jetzt die Schüssel rein. Hebt euch ein bisschen Paprika auf für den Deko vom Teller. So, jetzt schnappt ihr euch das Paprikapulver. Hier, schaut mal, schönes Paprikamblut, oder? Mega, rein damit. Wichtig ist jetzt, das vom Herd zu nehmen. Schiebt es ein bisschen beiseite. Das habt ihr ja in den anderen Videos schon gesehen, dass im Prinzip der Paprika nicht anbrennen darf. Ansonsten entwickelt der Bitterstoffe. So, hier, super, wunderbare Farbe. Und jetzt kommt hier unser Paprika dazu. Schön durchrühren. Temperaturen ein Stück runternehmen. Salzen. Salzen. In Anbetracht dessen kommen noch Tomaten dazu. Da kann ruhig ein bisschen mehr von dem Bergkernsalz dazu. Deckel drauf und für circa acht bis zehn Minuten so langsam vor sich hin köcheln lassen. So, Freunde, unser Paprika hat jetzt schön ein bisschen seinen Saft abgegeben. Jetzt sind sie circa acht Minuten rum. Und jetzt kommen hier unsere frisch geschnittenen Tomaten mit dazu. Rein damit. Und jetzt lasst es einfach weiter nochmal für weitere fünf bis sieben Minuten vor sich hin köcheln. Gut. In der Zwischenzeit machen wir uns natürlich ein Rigeschlecho. Das heißt, ein Lecho mit Reis. Gab es bei meiner Oma regelmäßig früher in der Paprika-Zeit im Sommer, wenn wir mit meinem Bruder am Balaton unten waren, gab es Lecho in allen Variationen. Rigeschlecho war eins der Sachen, die ich natürlich auch ganz, ganz gern gegessen habe. So, schieben wir das mal hier hinter. Und lassen es weiter köcheln. Und in der Zwischenzeit stellen wir uns hier noch einen Topf auf. Und geben hierzu wieder einen Löffel vom Mangaletzaffelt. Und wir geben zwei zu. Das soll der Geiz. So, jetzt nehmen wir uns den Reis hier daher, den spülen wir nochmal ab. Und zwar hier mit kaltem Wasser, nochmal schluss abgespült. Das sollte gleich heiß sein hier. Hinten köchelt unser Lecho schön vor sich hin. Die Genade gibt ihren Saft ab. Falls jetzt doch mal zu wenig Flüssigkeit drin sein sollte, dann gebt ein Schluck Wasser mit dazu, aber nicht zu viel. So, jetzt kommt hier der Reis und das heiße Mangalitzerfett. Und den werden wir uns jetzt mal hier schön anschwitzen. So, jetzt habe ich hier ein Hähnchenform. Den gieße ich mit auf. Ich lasse ihn einmal schön aufkochen hier. So, Deckel drauf. So, Freunde, jetzt habt ihr hier im Endeffekt das Allerb-Letschow fertig gekocht. So schaut's aus. So, jetzt habt ihr hier im Endeffekt jetzt wird's noch mal angeschmeckt. Allerb-Letschow bedeutet, es ist das Grund-Letschow, ne, weil ihr dann, wie gesagt, verfeinern könnt, wie ihr möchtet. Mh, lecker. So, ein bisschen Salz gebe ich noch zu. So, nochmal kostet. So, jetzt ist Bombe. So, sehr, sehr lecker. So, jetzt, ihr Lieben, vereinen wir den Reis mit Letschow. So, jetzt, ihr Lieben, So, ihr Lieben. So, ich bis zum nächsten Mal. So, jetzt, ihr Lieben, wie steht. Sonsten, du Christi dividen, So, wirken. So, ihr Lieben, du Verletzungs-Letschow. So, ich muss hier, So, ich muss hier. Jetzt wird der Reis im Endeffekt mit dem Lechow zu Ende gegart. Das heißt, Deckel drauf und köcheln lassen bis der Reis groß ist. Das dauert so um die 15 bis 17 Minuten. Genau, also dranbleiben. So ihr Lieben, das restliche Lechow mache ich mir jetzt ein und zwar in einem Weckglas. Das Weckglas habe ich hier richtig mit heißem Wasser ausgespült. Das Wasser einmal aufkochen lassen, das Glas ausgespült damit. Und jetzt kommt hier das restliche Lechow in das Glas um etwas Vorrat zu schaffen. So, das Glas ist zu und schon habt ihr hier mein Lechow, was ihr mal locker im Kühlschrank, ich sage jetzt mal, je nachdem, vielleicht zweieinhalb Monate, drei Monate ganz entspannt lagern könnt. Und dann nehmt ihr euch das zur Hand, wenn ihr es dann mal braucht. Genau. Wir lieben, unser Rieseschlecu kocht. Das heißt, ab und zu mal umrühren. Hm, sieht jetzt lecker aus. Wunderbar. Und lasst es weiterhin köcheln. So ihr Lieben, jetzt schneiden wir noch die Kolbas dazu und dann ist eigentlich schon fast fertig. Also hier nehmt ihr euch eine schöne Paprikakolbas. Die gibt natürlich auch nochmal eine wunderbare Würze. Dann schneidet die in feine Scheiben. So, und jetzt heißt das Kolbas hier mit rein. Ein Stück probiere ich selber. So, Deckel drauf und nochmal für fünf Minuten langsam vor sich hin köcheln lassen. Und dann heißt es anrichten. So ihr Lieben, und jetzt geht es nochmal ans Anrichten. Warmer Teller, wisst ihr Bescheid. Schaut euch an, dieser Duft. Paprika liegt in der Luft. So, jetzt kommt hier noch ein bisschen Dekoration drauf. Paprika. Ich mache hier noch Rosmarinzweig dazu. Und, holle Chichi, noch ein bisschen Petersilie. Mega, fertig. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Der Rizzo mit einem sensationellen ungarischen Gericht aus seiner Kindheit. Und zwar habe ich hier ein Rigeschlecho mit Kolbas drin. Also ihr Lieben, was bleibt mir anderes übrig noch zu sagen. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann das Abonnieren nicht vergessen. Und ihr Lieben, habt vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vor allen Dingen bis hier zum Ende. Und wenn ihr Bock habt zum Nachkochen und ihr möchtet das Rezept noch dazu haben, dann schreibt mir ganz einfach. Ich helfe euch gern. Genau. Also, die Ungarn sagen. Jo, et vajadjot. Guten Appetit. Lasst es euch gut schmecken. Und wir sehen uns wieder. Ciao. Euer Rizzo. Macht's gut. Euer Rizzo. Euer Rizzo. Euer Rizzo. Ja. Vielen Dank.